Das ist Xylit, der Birkenzucker, der aus dem Hartholz von den Birken und den Buchen produziert wird. Er hat 40% weniger Kalorien als der normale Zucker. Und der Vorteil ist, dass Xylit auch vom eigenen Körper produziert wird, nämlich bis zu 15 mg pro Tag. Deswegen ist dieser Stoff kein Fremdstoff für den Körper und deswegen schiesst der Zuckerspiegel auch nicht sofort in die Höhe, wenn du entsprechend diesen Zucker nutzt in deinen Kaffees, in deinem Süssgebäck. Aber Achtung, zu viel von diesem Zucker kann auch ein wenig abführend wirken. Ist jetzt aber nicht so eine riesige Sache, dass man einfach ein bisschen Tümpfiff bekommt. Was man aber nicht benutzen sollte, ist zum Beispiel beim Hefekuchen, weil Xylit die Bildung des Pilzes ein wenig unterbindet, weswegen der Hefekuchen nicht unbedingt zu gut aufgeht. Und darum ist er für das vielleicht nicht so gut zu nutzen. Ich habe es schon probiert mit Zopf. Dort funktioniert es relativ gut, weil ich nicht so eine grosse Menge nehme. Wenn ich aber den Hefe direkt im Zucker, im Xylit, auflöse, dann funktioniert es nicht mit dem Aufgehen. Dann wird die ganze Bildung des Gases unterbunden und der Zopf geht entsprechend nicht auf. Die Körnung ist so etwas ähnlich wie beim Zucker. Keine Angst, da konsumiere ich dann selber. Das heisst, die Körnung sieht so etwas plus minus gleich aus. Er kann dadurch, dass er keine Rieselhilfe oder sonst irgendwas drin hat, kann er natürlich bei Lagerungen ein wenig klumpen. Macht aber nichts. Wenn er nicht gerade feucht worden ist und dann vertrocknet ist, dann… man hört es, der ist relativ gut pulverig. Wichtig ist unbedingt vermeiden, dass Hunde oder Katzen allgemein Haustier wenn ihr Xylit zu sich nehmt, das kann tödlich enden. Das zum Thema vom Xylit-Birkenzucker auf jeden Fall die beste Alternative für den normalen Zucker. Ich glaube, dass sie einen Erkennhof auf alle motivation und die beste Alternative für den hohen … … die zwei, die drei, die zwei, die drei, die drei, die drei, die drei … … die drei, die drei, die drei, die drei zwei, die drei, die drei, die drei, die drei … … die drei … die drei, die drei und die drei. Vielen Dank.